Hallo ihr seht und willkommen zurück zu Let's Play Lufia and the Fortress of Doom. Beim letzten Mal haben wir die Welt gerettet, aber einige unserer Charaktere sind dabei leider draufgegangen. Ihr seht, schon ca. 90 Jahre, seit den Zwischenfällen, spielen wir einen neuen rothaarigen Jungen. Und schaut mal, sein Name ist Zed, also ist das die Person, die wir am Anfang des Spiels benannt haben. Interessant, warum auch nicht? Ah wirklich, alleine? Ah, der gute TK Chase hat mich gefragt, ob ich die Texte ein wenig länger auf dem Screen lassen kann. Ich denke mal, dafür kann ich sorgen. Sollte ja nicht zu kompliziert sein. Bloß, ich lese die Texte meistens noch für mich selber mit und ungefähr, wenn ich sie durch habe oder ein bisschen später, klicke ich dann weg. Aber ist ja kein Ding, es gibt ja auch wieder Leute, die schneller lesen und langsamer lesen. Und ich denke mal, es ist ganz schön nervig für Leute, die nicht in dem Tempo lesen, wie ich immer wieder zu pausieren. Wer ist dieses Mädchen? Kannst du nicht sprechen? Wie heißt du? Willst du nicht mit mir reden? Ich bin Zed. Ich komme auf den Namen, war noch nicht klar. Lufia. Du bist Lufia? Das Spiel wurde nach dir benannt? Interessant. Warum bist du denn nicht der Manger? Ich frage mich, gab es sowas in irgendeinem anderen Spiel auch, wo der Nebencharakter oder wo nicht der Hauptcharakter der Name der Serie oder des Spiels ist? Garantiert, nur fällt mir spontan nichts in der Hinsicht ein. Müsste ich mal drüber nachdenken. Und was? Scheint aber nicht abgeneigt zu sein von hier. One, two... Ui! Wo hast du Zähl gelernt, ha? Meine Fresse. Ich glaube, ihr seht schon, die heutige Welt von Lufia ist wohl ganz anders als in der Intro-Sequenz. Ich scheint hier ziemlich ruhig zu sein, keine Probleme zu geben. Scheint eine sehr gelassene und ruhige Welt zu sein. Und neun Jahre später... Ja, wir sind ein bisschen älter. Ich muss gestehen, die Sprites der Charaktere in dem Spiel, auf dieser Karte quasi, in diesem zweidimensional mäßigen... Es sieht meistens so aus, dass wären wir entweder kleine Kiddies oder uralt. Also da haben sie sich irgendwie nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, muss ich wohl gestehen. Aber gut. Wo wollt ihr hin? Immer dasselbe. Nebenbei, ich liebe die Dialoge zu Lufia. Nicht nur im Zweier, auch hier sind sie extrem genialer, wenn nicht sogar genialer von der Komik her, sind sie hier echt fast unübertroffen. Eben, was machen wir dann? Seit 100 Jahren schon nicht mehr, ha? Gut, rein technisch gesehen sind es ja wahrscheinlich so 99 Jahre, aber... Aber gut. Uuuuuh, andere Mucke. Das ist einer meiner liebsten Tracks im Spiel. Das ist der Pri-Fe-A-Flower-Song. Könnte man, glaube ich, auch als Lufias Theme interpretieren und... Der ist echt schön. Ja, das kann schon sein, aber wenn keiner kommt, dann können wir auch nicht trainieren, ha? Genau, was machst du hier eigentlich, ha? Ah, na, zeig mal ja. Lufia steht auf Blumen. Wieso auch nicht? Sie ist eine Frau. Wäsche genau. Die rosanen, die lilanen und gelben. Wo sind sie? Steck richtig die Nase rein. Ah, okay. Ah, schöne Kindheitserinnerung, ha? Na anscheinend, keine Monster. Ein Mädel und Blumen. Was willst du mehr? Naja, das Leben heutzutage ist ziemlich gechillt und friedvoll. Wo willst du das wissen? Hast du damals gelebt? Das ist wohl wahr, ha? Wird wohl Zeit für neue Helden. Ah, okay. Scheint, eventuell sind alle von Alekia mehr oder weniger Nachfahren von Maxim. Gut. Er hat zumindest auch die roten Haare, so ist es nicht. Ah. Hahaha. Was denn? Erbs. Aha, okay. Hahaha. Ah, ich finde Lufias Reaktion darauf immer so geil. Ja, natürlich hast du nur Witze gemacht. Wenn es aber wahr gewesen wäre, ne? Ah. Cinnamon Tea. Für diejenigen, die das wirklich nicht wissen, es ist natürlich Zimt-Tee und Zimt-Kuchen. Ja, Lufia scheint in der Küche echt begabt zu sein. Ach, wirklich? Hast du schon so viel Kuchen auf der Welt gefordert? Können wir vielleicht sogar mit anderen Frauen vergleichen. Ich weiß nicht, ob das Spiel wirklich einen solchen Vergleich ziehen will. Ich denke mal nicht. Aber gut, gehen wir einfach mal hier hin. Genau, denn der gute Roman, der Innkeeper, hat sie damals bei sich aufgenommen. Das nur so nebenbei. Hm. Haha, wenn du das sagst, na dann fang mal an damit. Ja, wenn man den Frauen Komplimente macht, dann machen sie was? Oder oftmals das, was man von ihnen haben will, hm? Ja, du willst schon eine Frau, die so leicht manipulierbar ist? Jeder. Erzähl doch nicht. Du hast sie damals bei dir aufgenommen. Ja, anscheinend das Spiel hat uns das so gesagt. Ah, und rüber zur anderen Muggel. Hm? Ach, wirklich? Monster sind wieder da, hm? Hm. Geht natürlich niemand los, um die Lage mal zu checken, hm? Hm. Hey Zett, wartest du nicht auf deinen Kuchen? Hahaha. Zett, wo bist du? Wirklich? Wirklich? Und natürlich ist die Frau sauer. Was macht ihr denn nur? Du solltest mit einem anderen deiner Körperteile denken. Nicht unbedingt mit deinem Schwert. Aber gut, ab jetzt können wir auf endlich frei herumlaufen und ein bisschen die Welt hier erkunden. Und ihr seht schon, wir sind Zett auf Level 1. Nicht so wie in der Intro-Sequenz, wo wir auf Level 78 waren oder so. Unser Equip lässt auch so ziemlich zu wünschen übrig. Ansonsten gibt es nicht allzu viel zu sehr zu sagen. Ich meine, dass er nicht mal ein Schild hat, obwohl er da auf dem Bild einsträgt. Aber ihr seht schon, ziemlich alles Basics. Ansonsten hier im Inn habt ihr die Möglichkeit, zumindest etwas später, doch sogar jetzt schon im Spiel, frei zu übernachten. Also es lohnt sich definitiv, sich hier auszuruhen. Aber das ist erstmal egal, denn ich habe schon in der ersten Episode gesagt, dass es ziemlich viele versteckte Schätzchen nur für gibt. Zum Beispiel hier. Wenn ihr eben zum Beispiel an diese verschiedenen Bücherregale und sowas geht, dann könnt ihr dort eben versteckte Sachen finden. Das gibt es nicht überall. Ich glaube hier oben zum Beispiel nur hier, aber das sind quasi unsichtbare Schatztruhen. Das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, denn es gibt davon einige und die gehören halt alle zu den 100% der Schatzliste. Und deswegen definitiv finden. Aber gut, das ist ja auch nicht so wichtig. Nun denn, als nächstes, wie viel Geld haben wir eigentlich? Nur so nebenbei 100. Gut, das dürfte locker ausreichen. Und zwar haben wir oben hier immer wieder die Läden gekennzeichnet. Ihr seht schon, wenn so ein Schwert drauf ist, ist das eben ein Waffenladen. Wenn so ein Item drauf ist, so ein komischer Topf heißt das in der Regel, dass ihr hier Items kaufen könnt. Es gibt, glaube ich, noch ein Schildzeichen für Rüstung. Und hier nehmen wir noch eine versteckte Potion mit, warum auch nicht. Und kaufen uns... Ah, übrigens, die Shoppingmucke. Saugeil eigentlich, oder? Ich finde es nicht stylisch. Wie viele Spiele haben schon Shoppingmucke? Jetzt mal ohne Witz. Auf jeden Fall kaufen wir einen Dagger. Tadam. Bams. Ihr könnt hier übrigens, wie ihr sehen könnt, einmal, viermal oder zehnmal kaufen. Ist eigentlich ganz interessant gemacht. Ansonsten, alte Equips müsst ihr, also alte Ausrüstung müsst ihr in diesem Spiel nicht behalten, weil es hier keine Möglichkeit gibt, diese zu schmieden oder irgendwas. Deshalb in der Regel altes Equip verkaufen. Zumindest, wenn ihr Geld braucht und so weiter. Hier drüben könnten wir Items kaufen. Läuft übrigens dieselbe Mucke. Aber gut, wir haben nicht wirklich das Geld. Und ja, selbst wenn. Aber gut. Aber bevor wir zum Königreich gingen, gibt es noch ein paar versteckte Items, die wir ruhig sammeln können. Und das tun wir heute mal. Hier drüben ist übrigens die Kirche oder was auch immer das hier genau sein soll. Ich denke mal, also natürlich religionmäßig, so wie in Dragon Quest. Ich glaube, in Dragon Quest speichert man ja auch in der Kirche, ne? Und hier können wir das Spiel halt speichern. Es gibt nicht so wie in Lufia 2 auch in den Dungeon-Safe-Points. Ich glaube, nur vor einer der letzten Dungeons, das nur so nebenbei. Aber gut, Momentchen, war hier drüben noch ein Item? Äh, ne, hier nicht. Aber was hast du denn Schönes zu sagen? Uh, ach, wirklich? Also scheinen ja Monster doch wiedergekehrt zu sein, ha? Ist aber hier nicht irgendwo was? Hm, okay. Aber hier vorne ist noch was, das weiß ich. Und zwar genau hier. Yeah, ein Revive, sehr schön. Ah, interessant. Da dein Ehemann kein Regen mag, läuft er lieber hier immer unter den Untergrundtunnel hindurch. Na, wenn es ihm Spaß macht. Und dafür landen wir genau hier, wo wir an diese Schatztruhe kommen. Ein Sweetwater. Sweetwater ist ein Item, was die Encounter-Rate der Random-Kämpfe erheblich senkt. Zumindest von Gegnern auf ungefähr unserem Niveau. Und ihr habt ja schon in der Intro-Sequenz gesehen, dass die Zufallskampfrate hier echt massiv hoch ist, ha? Also, das ist echt, ja, ein bisschen übertrieben, hätte ich mal gemeint. Aber gut. Ne, aber es ist mit Monster gekommen und ich bin neugierig. Oh. Aber gut. So ein bisschen was gibt es hier noch zu finden. Aber ich finde es immer ganz schön, mit den ganzen Leuten zu reden. Manchmal haben sie auch, okay, die meisten eigentlich nicht, aber manche haben auch ganz interessante Dialoge zu teilen, ha? Ja gut, aber Magie haben wir, glaube ich, noch nicht. Wir können mal nachschauen, aber ich glaube, nein, aber unser Hero lernt einiges an Zaubern. Also er ist in etwa mit Maxim aus der Intro-Sequenz vergleichbar von dem, wie er, ja, zu spielen ist. Aber gut, hier gehen wir kurz weiter und holen uns hier eine Power Potion. Warum auch nicht? So, und hier vorne müsste es auch noch was geben, und zwar hier ein Cloth-Helm. Wieso nicht? Wir haben keine Helm-Rüstung. Moment, hier. Und geben sie ihm, denn die erhöht seine Verteidigung um, um wie viel hat sie die erhöht? Um, ich glaube, um fünf Punkte oder so, aber auf jeden Fall genug. Verteidigung gerade am Anfang des Spiels ist eigentlich ziemlich wichtig, weil, ja, ihr werdet schon noch sehen. Ah, ja, selbst er sagt uns das, denn gerade, ich habe es ja schon gesagt, in diesem Spiel gibt es eine Menge an versteckten Items und immer mal wieder A drücken ist da echt effektiv, weil es gibt zwar auch Truhen, die eben einfach so rumliegen, aber das Problem ist, dass, wenn es eben eine Truhe in irgendwie einem Bücherregal oder sowas ist, dass ihr das nicht einfach feststellen könnt, weil ihr ja eh nicht weiterlaufen könntet. Aber gut, neue Mucke. Sehen wir uns hier mal kurz genauer rum. Gut, hier draußen war, glaube ich, nichts. Ah, übrigens, ich mag die Schlossmucke, die ist echt ganz stylisch eigentlich. Sie loopt aber, glaube ich, ein bisschen schneller. Auf jeden Fall gibt es hier auch einiges an Items noch zu finden, aber reden wir mal erst mal mit diesem netten Herrn. Ja, denn das ist unser Commander. Wieso? Ah, das heißt, ein Scout muss natürlich erst mal alleine losgehen, um herauszufinden, ob dort wirklich irgendwas los ist. Ah, Spiel. Aber gut. Und natürlich würde sich kein anderer freiwillig dazu melden, das zu übernehmen, weshalb wir das natürlich machen dürfen. Und ein Swingwing und ein Escape. Escape ist ein Item, womit wir aus Dungeons fliegen können. Und ich glaube, ein Swingwing ist zum Teleportieren gedacht, oder? Okay, steht nicht da, aber ich glaube, ein Swingwing ist ein Item, womit wir in bereits betretene Städte zurückwarten können. Es gibt auch einen Zauber dafür, den aber nicht jeder lernen kann. Ah, versuch dein Glück. Du wirst wohl Jack sein, ha? So, hier gibt es auch noch ein bisschen was an Items. Und wenn wir schon hier sind, sollten wir das Schloss ruhig mal rapen, ne? Uh, eine Potion, sehr schön. Ich meine, wieso nicht? Als ob die Leute hier das brauchen, die sind reich genug. Der König braucht keine Potion. Ah, wirklich? Vielleicht hat ja irgendein Gast da noch was vergessen. Yeah, noch eine Potion. Mein Gott, irgendwie sieht das Zimmer ein bisschen kümmerlich aus, ha? Also, ich will nicht zu viel über die Grafik nörgeln, aber so Spiele wie Final Fantasy VI sehen da doch deutlich besser aus. Oder selbst Luffy A2 im direkten Vergleich. Nun denn, und hier oben... Ah, bist du das nicht? Doch, du bist die Princess Städte. Denn mit ihr sollten wir definitiv reden, bevor wir losgehen, denn... Genau. Sie gibt uns ein bisschen was an Gold, was definitiv gerade am Anfang recht nützlich sein wird. Und deshalb sage ich dazu nicht nein. Ich glaube, man kann das Spiel auch fortsetzen, ohne mit ihr zu reden, aber es lohnt sich ja doch definitiv. Ah, hat sie hier irgendwas für uns gelassen, was wir uns schnappen können? Ein Stuffed Bear und ein Bracelet. Bracelet behalten, Stuffed Bear können wir eigentlich verkaufen. Aber ich denke mal, ich werde größtenteils mein überschüssiges Equip offline verkaufen. Und nur so nebenbei, wir haben nicht unendlich Inventory Platz. Das heißt, wir müssen in gewissen Abständen immer mal wieder unser extra Equip verkaufen, weil sonst können wir nichts Neues mehr mitnehmen. Das nur so nebenbei. Also das auf jeden Fall im Hinterkopf bleiben. Ich weiß aus dem Kopf nicht mehr genau, wie viele Items man mitnehmen kann, aber es gibt definitiv ein Limit. Oh, hey, hey, hey. Ja, ja, ja. Immer wir, ne? Ich glaube, hier oben liegt aber nichts mehr rum. Mensch, klingelt doch nicht immer bei mir. Aber diese dummen Kinder, die ihre Schlüssel vergessen und dann bei mir klingeln müssen, um reingelassen zu werden. Aber gut, bevor wir hier den ganzen Raum verlassen, glaube ich, können wir drüben nochmal schauen, ob hier noch was ist. Dupp. Ah, gut, wir haben hier noch ein paar Drohnen. Alles klar, ein Sweetwater, ein Antidirt und ein Revive. Gut, das wäre so ziemlich alles an Schatztronen, die wir hier ergattern konnten. Ich werde wahrscheinlich zwischen den Episoden kurz offscreen checken, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich denke eigentlich nicht. Wenn doch, werde ich es euch wahrscheinlich noch zeigen oder zumindest ansagen, wo das ganze Zeug gelegen hat. Aber gut, eine Person muss sich eben dazu begeben, in die große Außenwelt zu gehen und zu checken, ob in diesem anderen Königreich irgendwas vorgefallen ist, ha? Ja, ja, nicht so wie in Dragon Quest VIII, wo das möglich ist. Das ist da ziemlich cool übrigens, das nur so nebenbei. Aber gut, es ist halt ein älteres Spiel, das ist hier SNES, was wollt ihr erwarten. Aber, Momentchen, hier geht's raus aus der Stadt. So, wir sind fit genug. Und hört euch mal die Overworld-Mucke an. Ziemlich stylisch eigentlich, oder? Werden wir aber in der Lage sein, herauszufinden, was genau im Königreich vorgefallen ist und was genau ist dort eigentlich los, ha? Findet uns aus beim nächsten Mal in Let's Play Lufia and the Fortress of Doom. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin. Bis dahin und bis dahin.